Musik Gesundheitswarnung Personen mit Herz- und Kreislauf-Erkrankungen sowie Schwangeren wird von der Nutzung dieses Spiel abgeraten. Sie spielen dieses Spiel auf eigene Gefahr. Und damit Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Horror-Let's Play Passing Pinefue Forest Version 1.1 werde ich heute versuchen mit euch auf normalen Wege zu überleben. Mal sehen, ob wir es schaffen. Zudem bin ich heute auch nicht alleine, denn heute begleitet uns eine Stimme, die auch eine Stimme hat. Guten Tag. Und diese Stimme, die wird auch parallel genau das gleiche Spiel spielen. Mal schauen, wer von uns das Ganze länger überleben wird. Hier auf dem Stadtbildschirm sehen wir noch folgenden Weg durch den Pinefue Forest. Aber verhalte dich ruhig. Ansonsten wird es dich kriegen. Viel Glück. Natürlich fragen wir uns jetzt, wer wird uns kriegen. Aber das alles werden wir höchstwahrscheinlich. Oder ich hoffe es mal. Irgendwann herausfinden. Passing Pinefue Forest. Loading. So, erstmal als Tipp. Da stand ja irgendwie, du sollst dich unauffällig bewegen, als wenn du rennst. Und wenn du Taschenlampe anhörst, habe ich Erfahrung gemacht, dass es dich auf jeden Fall schneller findet. Das heißt, am besten Taschenlampe aus und normal laufen. Das Lustige ist, ich habe keine Ahnung, wie man die Taschenlampe überhaupt anmacht. Oder auch nicht, wie ich laufe. Also ist mir das eigentlich total egal. Derzeit bin ich eigentlich auch richtig gut gelaunt. Mal schauen, wie lange das Ganze anhalten wird. Oder wie lange es überhaupt... Ich habe schon jetzt Angst. Überlebensmöglich ist. Es hängt ein bisschen, liegt einfach da dran, dass ich so arm bin, dass ich mir keine normale Grafikkarte kaufen kann. Nase Clash läuft da mit Flüss... Oh, scheiße. Also schön auf die Werbung drücken, dass er 50 neue Grafikkarte aufbauen hat. Oh mein Gott, genau wunderschön auf die Werbung drücken. Ich habe gerade diese Büsche gesehen. Da habe ich mir sofort gedacht. Augen, aber irgendwie waren es doch keine Augen. Ich habe keine Ahnung, kannst du mir vielleicht sagen, hier, ich laufe gerade auf dem Weg. Ist es der sichere Weg oder soll ich lieber einen anderen Weg nehmen, der mich vielleicht woanders hinbringen wird? Also es gibt ja nur den einen Hauptweg hier. Man kann so ein bisschen mal ran laufen in den Bäumen und so. Aber die Map ist rechts und links ziemlich stark begrenzt. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht viel denken. Wir müssen hier wirklich erstmal nur die ganze Zeit den Weg folgen. Ich hoffe mal, wir schaffen es lange. Und am Anfang geht es auch noch klar. Wenn du halt rennst mit Flüssigkeit, dann hörst du tausendmal öfters die Geräusche, die Schritte und die Quietsche-Ente. Wie könnt... hast du gerade Quietsche-Ente gesagt? Ja, die Quietsche-Ente. Okay, ihr müsst wissen, ich habe panische Angst vor Quietsche-Enten. Manchmal hörst du so normale Schritte. Oder halt so, äh, rascheln im Gebüsch. Oder dieses Quietsche-Ente-Geräusch. Ich weiß auch nicht, warum das da drin ist. Ein quietschiges Quietsche-Ente-Geräusch. Vielleicht würde es uns erquietschen. Ah, okay. Hier ist ein Baum. Ein ganz normaler Baum. Mal kurz nur aus Interesse. Wie würde man denn die Taschenlampe anbekommen? Mit F für Flashlight. Mit... oh, scheiße. Wir sehen hier gerade ein Busch. Ich habe es mal kurz angemacht. Natürlich alles auf meine Gefahr. Hier sind noch mehr Bäume. Okay, hier hinter ist nichts. Wir gehen mal kurz ein Stückchen weiter in den tiefen Wald rein. Ganz alleine. Mitten in der Nacht. Ohne ein Ziel. Und wir sehen... Okay, hier wird wahrscheinlich jetzt die Map aufhören. Ah, was war da? Okay, nur Blätter, nur Blätter. Ich habe gerade Megaschiss. Ist mir gleich in die eigene Hose. Okay, hier sind überall Steine. Hier sind überall Steine. Alter, ich höre schon... Da war gerade wieder dieses... Da war so ein Geräusch. Da war dieses Geräusch. Ich hoffe, bei uns kommt das Geräusch nicht so weit, so schnell. Ich habe jetzt schon Megaschiss. Mal schauen, wer von uns länger durchhalten wird. Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Hier soll uns ja erstmal eigentlich nichts passieren. Man kann nicht gerade viel erkennen. Nur den Weg. Vielleicht ist der Weg steinig. Aber jeder kleine Schritt ist ein Schritt weiter in die Sicherheit. Wenn es sie denn überhaupt gibt. Wollen wir nochmal das Licht anmachen? Oh. Ich habe so Schiss. Ich habe keine Ahnung, was hier kommen wird. Ah, okay. Hier sind Büschi hier gezielt. Oh, scheiße. Was ist das? Oh, okay. Es war... Es war... Oh, was war das? Was war das? Okay, hier ist ein Loch. Ah, 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 scheiße. Ah, ah. War da gerade die Musi? Fuck ja. Okay, die Musi. Ah, das sind irgendwelche Schritte hinter uns. Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße, ich habe gerade Megaschiss. Bitte. Bitte, ey. Ich soll sagen, wann ich bei den Häusern bin, okay. Kannst du da gerne reinlaufen, aber... Ich darf gerne reinlaufen, vielleicht will ich das gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich da reinlaufen will. Aber ich kann dir sagen, da wird nichts sein. Da wird nichts sein. Da gibt es keine Ahnung. Kannst mir so versichern. Oder so zum Aufnehmen mehrkommen. Oh, scheiße. Okay, der Weg spaltet sich links oder rechts. Links oder rechts. Das ist egal. Es ist egal. Wer da sagt, das ist egal, dann nehmen wir doch einfach mal links. Der Weg wird sich sofort hier zusammenflügen. Oh, scheiße. Die Musi... Oh, fuck, 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 da war was, da war was, da war was. Scheiße. Was war da? Was war da? Oh, scheiße. So tue ich mir das eigentlich an? Oh. Oh, kack. Fuck, fuck, fuck. Okay, das war eine Eule. Es war eine Eule. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Hier ist das erste Haus. Hier ist das erste Haus. Ich habe einen Megaschiss. Du kannst rein. Scheiße. Ja, ich glaube, ich kann das. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Ja, okay, ich glaube, ich bin in der Lage. Okay, Taschenlampe brauchen wir nicht. Hier ist eigentlich sehr hell drin im Haus. Man sieht hier, wir sind hier eine Truhe. Hier geht eine Treppe hoch. Sollen wir die Treppe... Uiuiuiui. Sollen wir die Treppe hochgehen? Ich schaue nochmal schnell, was hier ist. Okay, hier ist ein... Es sind zwei Betten... Betten... Es sind zwei Betten und ein großer Schrank. Kann man hier irgendwas aufnehmen, oder ist das wirklich alles hier zum Anker? Nee, nee. Alles. Kannst nichts aufnehmen. Okay, ich kann nichts aufnehmen. Das heißt... Ich habe jetzt nicht... Von... Das heißt, ich stecke jetzt erstmal an der Leiterfeld. Oh, ich stecke hier gerade in der Treppe fest. Ja, sehr schön. Okay, wir sind im zweiten Stockwerk. Wir sind im zweiten Stockwerk. Genau, wir sind im zweiten Stockwerk. Und ich höre schon wieder diese Geräusche. Ein ekliges Klo. Ich habe... Ich habe mega Schiss. Mega Schiss. Ich schaue mal kurz aus unsere wunderschönen Fenster. Oh, diese wunderschöne Aussicht. Alles ist so wunderschön. Dunkel und gruselig. Schnell wieder raus hier. Wobei man sich ja eigentlich in dem Haus hier wirklich sicher fühlt. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr raus in den dunklen Wald zu gehen. Aber wir müssen... Wir müssen es versuchen. Vielleicht finden wir irgendwann den Ausgang. Ich glaube, wir sind gerade in einem Dorf angekommen. So wie es aussieht. Okay, hier sind Brunen. Ich glaube hinter dir. Was? Hinter mir. Hinter mir. Schritte hörst du genau hinter dir. Das ist so scheiße. Scheiße, hinter mir ist nichts, hinter mir ist nichts. Also ich höre noch nichts. Okay, da... Von da sind wir gekommen. Das heißt... Oh, scheiße. Okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Tief durchatmen. Okay, das... Das ist wirklich nur eine Eule. Warum wir hier die ganze Zeit durchgehend Glocken hören, das würde ich auch lieber gar nicht wissen. Da vorne sehen wir jetzt wieder eine Kreuzung, so wie es aussieht. Ich habe mega Schiss. Mega Schiss, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich mache nochmal kurz die Taschenlampe an. Ich schaue mal, wo es hier reingeht. Okay, hier scheint es eigentlich sicher zu sein. Ja, es sollte sicher sein. Pff, oh, scheiße, da hat es gerade... Oh, wow, 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 wow. Ja, es raschelt überall. Und... Wenn es jetzt hier nicht so dunkel wäre, ich habe hier gerade Gänsehaut. Tue ich mir das überhaupt an. Wie kann man denn überhaupt rennen? Da war gerade die Quietschehente. Die Quietschehente. Auf Schiff. Auf Schiff kann man rennen. Okay, das lag noch wunderbar viel stärker. Aber damit sollten wir eigentlich schneller wegkommen von der Kreatur. Wie lecken das so hart bei dir hat? Was ist denn da los? Das kann ich dir wirklich nicht erklären, aber was ich dir auch nicht erklären kann... Da war gerade was, da war gerade was. Scheiße, scheiße. Renn! Renn! Scheiße, die Quietschehente! Fuck! Eht? Die Quietschehente ist mir gehandelt, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Okay, ich glaube, wir sind wieder. Sind mir in Sicherheit. Kommt das nächste Dorf. Die Musik wird immer lauter. Ah! Quietschehente Nummer zwei. Quietschehente Nummer zwei. Es gibt mehrere Quietschehäten. Oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Was ist das hier? Wir haben, wir haben hier... Wir haben eine Kirche. Wir haben eine Kirche. Wir haben hier eine Kirche. Ich glaube, in die Kirche können wir nicht reingehen. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Hier wäre noch ein Brunnen, aber sonst gehen wir jetzt einfach mal weit. Oh, scheiße, da raschelt überall was. Pfff, oh... Ich hab... Ich hab mega Angst. Mega. Alter, ohne Scheiß. Lauf. Geh. AAAAAAAA! FAAACK! AAAAAAAA! Bist du tot? AAAAAAAA! Bist du tot? Game over. AAAAAAAA! 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 Aber ich fühl immer Albträume, wenn ich nachts im Wald lauf. Oh scheiße hab ich mich... Ich hab mich jetzt mega erschreckt Leute. Ich sitze gerade zusammengekaut an meinem Stuhl, das glaubt ihr nicht, ey. Oahhh. Ich finde das sicherste Weg ist, wenn man so ganz rechts oder ganz links einfach an diesen Hügel anfallt. Scheiße. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall schon mal vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das kleine kurze Horror-Game hat euch gefallen. Mir hat es jetzt am Ende nicht mehr so stark gefallen, aber ich hatte es mal wieder, ich hatte es wirklich mega gefreut, endlich mal so ein Horror-Game mit euch zusammen machen. Ich habe ja vor einem halben Jahr, glaube ich, das erste Horror-Game mal gemacht, kam mir eigentlich ganz gut an bei 5 Zuschauern und jetzt sind es ja 10 Zuschauer. Das ist wirklich gigantisch und vielleicht, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare, wie ihr euch vielleicht dabei gefühlt habt. Gebt ein Like nach oben, wenn ihr vielleicht noch mehr davon sehen wollt. Also, ich will sowas zwar nicht gerne, aber es macht immer wieder Spaß, die Angst, die Action, was erwartet uns hinter der nächsten Ecke. Ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir jetzt noch, liebe Stimme, eine schöne Nacht im dunklen Wald, vielleicht was wir quietschen Ende auch gleich nochmal. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. See you later. Alligator 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 Alligator